Wenn Rudi Dürnberger Holz für den Kachelofen holt, schaut er sich jedes Scheitel ganz genau an. Das jedes Stück ist ein Unikat. Ich vergleiche das immer mit einem Edelstein. Wenn da geschliffen ist, kommt das erst zum Vorschein. Das Schöne, das ist zu schade zum Heizen. Aber das sieht man erst, wenn man das auseinandschneidet. Rudi Dürnberger hofft, dass sich das Schöne in diesem Zwetschgenholz gleich zeigt. Dann würde es eine neue Bestimmung bekommen. Schlecht wäre, wenn er auf einen Ries kommt. Wenn ein Ries drin ist, kann sein, dass das Schmuckstück später auseinanderbricht. Er will aus seinem Kaminholz individuellen Holzschmuck machen. Und ... Doch, das schaut schon ganz gut aus. Das gibt dann später, wenn es poliert ist, eine tolle Maserung. Auch hier die unterschiedlichen Farben, die mache ich dann auch mal gut. Das könnte eigentlich alles werden. Ein Herz, das, was dann zu Quermaserungen hat. Oder auch ein Ring, wo ich dann später den Edelstein reinmache. Das entscheide ich dann spontan eigentlich. Was vor sechs Jahren mit einem Geschenk für seine Frau begann, füllt heute ein ganzes Zimmer. Schmuck aus dem Holz verschiedener heimischer Obstbäume. Mit Agnes Niebler ist er seit Jahrzehnten befreundet. Fast ein Dutzend verschiedene Schmuckstücke hat sie schon von ihm. Einfach echt und nicht verkitscht. Dann sind sie meist Unikate und Schmuck auch von der Stange. Den Schmuck hab ich bei seiner Frau tragen sehen, bei der Karin hat man sehr imponiert. Für diesen Advent hat Agnes Niebler jetzt einen ganz besonderen Wunsch. Eine Herzmicherte, aber die sehe ich nicht so genau. Und zwar geteilt mit einem dunklen und einem halben Holz. In der Größe, wie das da ist. Und mit Lederband. Und Metall. Ja, ich glaub, das bringen wir hin. Ja, prima, dann freut sie mich. Ein geteiltes Herz, so was hat Rudi Dürnberger noch nie gemacht. Wenn es zwei verschiedene Hölzer sind, ist eine Herausforderung für mich. Ich hätte jetzt Kirsch gedacht und Zwetschge. Weil das trotzdem farblich zusammenpasst, aber der Kontrast nicht zu stark ist. Wenn ich zum Beispiel Birke nehme, das ist ganz hell. Das wär mir schon wieder zu weiß. Und das Kirsche ist doch ein bisschen dunkler und passt dann gleich gut zu dem Zwetschgenholz. Was ist dann da der schwierigste Schritt? Dass es ein gleich schenkeliges Herz wird. Das probieren wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir es schon. Am besten ist, wenn die Maserung nach unten verläuft vom Herz her. Schaut einfach gut aus. Aber das machen wir alles nach Augenmaß. Ich hab ja keine Form oder irgendwas. Einfach, wie es ihm taugt. So arbeitet er am liebsten. Schaut doch gut aus. Das ist schon symmetrisch. Das ist eben im Holz schon drin. Und den Rest, was zu voll ist, das läuft jetzt weg. Ich hab alles gut hingekommen. Ich bin sehr zufrieden. Mit der Maserung von dem halben Herz. Und die Linien sollten nach unten gehen? Ja, das ist bei beiden Hölzen jetzt so. Man sieht's zwar vom Hölholz ein bisschen schlechter, aber wenn's mal geölt ist, dann sieht man's sogar am Hölholz. Vor dem Finish muss jetzt der Leim erst trocknen. In der Zwischenzeit schneidet sich Rudi Dürnberger ein Brettl aus dem schön gemaserten Zwetschgen-Kachelofenholz. Ich glaub, ich mach einen Anhänger draus. In der Runden. Ja, recht eine schöne Scheibe. Das ist eine Entspannung für mich. Wenn ich da arbeiten, kann ich abschalten, wenn ich mit dem Holz arbeite. Mit seiner Frau Karin war er viel auf Kunst- und Handwerkermärkten. Weil ihn die Qualität der Sachen dort nicht überzeugte, fing der Elektriker selbst mit Kunsthandwerk an. Am Anfang war ich schon ein wenig skeptisch. Was bastelt er denn da schon wieder? Er verbringt schon viel Zeit eigentlich hier unten. Wenn ich im Garten werde, dann höre ich hier unten. Ja, im Garten ja auch ein bisschen. Na ja, ja. Dann höre ich die Maschine und dann weiß ich schon wieder, was los ist. Mittlerweile bin ich eigentlich schon stolz auf ihn. Doch, weil auch der Schmuck gut ankommt. Am Wochenende ist wieder Weihnachtsmarkt in Katzelsried. Nur dort verkauft er heuer seine Sachen. Da ist er zu passen. Das soll auch kein Zwang werden, das soll auch Spaß machen. Und das macht's auf jeden Fall. Und wenn's ein bissel Geld nebenbei ist, hat man auch nix dagegen. Der Leim beim geteilten Herz ist trocken. Jetzt müssen die Löcher für das Lederband gebohrt werden. Das macht mir Sorgen, dass ich nicht gerade durchgehe. Dass das Herz dann schief hängt. Dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Jetzt geht's ans Finish. Leinöl lässt die Maserung leuchten. Und die Linien haben wir jetzt so hin gebraucht, wenn wir es wollten. Ja, ganz schön. Und gleich groß und perfekt. Ja, hab ich nicht geglaubt. Nein. Ich bin immer skeptisch. Mir ist immer das Glas halb leer. Bitte? Ja, schon. Es ist ein wenig Selbstbewusstsein. Wir sind alle eher zum Erzogen worden. Ja. Schon. Im Bayerischen Wald haben wir ein bissel durchgemausert. Agnes Niebler sieht ihr geteiltes Herz jetzt zum ersten Mal. Genau nach meinen Wünschen, Rudi. Ach, das hast du dir so vorgestellt? Ja. Na ja, Gott sei Dank. Voll schön. Die zwei Holzarten sind schön. Kirsche und Zwetschge. So was hab ich noch gar nicht gehabt. Vielleicht gefällt mir gut. Das wär mir ein gutes Gefall. Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn das den Leuten gefällt. Da wird man Sücht, wenn man immer mehr macht. Sücht? Ja. Vor allem, wenn jedes Stück anders ist. Das Türen im Christkindlmark aus am Samstag. Genau. Keinerlei Grund also zum Duckmausert-Sein. So was geh missieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal visst, ma auch bei mir gesprochen! ılı fl